Der ist bedockt, können wir den rausholen? 1, 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3! Zum Fall, um wieder aufzustehen, kann ich verlieren und mich wie ein Sieger fühlen. Bei den Meistern hohen, auf dem Reich zu sehen, und immer da, da weiß es kann nur einen geben. Was nimmst du zurück, gibst du alles, was du hast, wenn du auf deinem Weg nach oben bist. Zusammenhalt, als füreinander aufzustehen, nur auf die Schwachen lässt man nicht einfach liegen. Wenn ich dich ansehe, weiß ich, dass ich ein Sieger bin, egal ob ich hier gewinne. Oder die Laderletzten sind, denn wenn verlieren heißt, neben dir im Brecht zu stehen, und wenn es heißt, den ganzen Blick noch einmal mit dir zu gehen. Wenn verlieren heißt, es dir zu fallen und wieder aufzustehen, kann ich verlieren und mich wie ein Sieger fühlen. Kann ich verlieren heißt, neben dir im Brecht zu stehen, und wenn es heißt, den ganzen Blick noch einmal mit dir zu gehen. Wenn es heißt, es dir zu fallen und wieder aufzustehen, kann ich verlieren und mich wie ein Sieger fühlen. Kann ich verlieren und mich wie ein Sieger fühlen. According am Sie, ichige, ich bin immer aufzustehen, Vielen Dank.